Mit Katalog Nummer 17 stellen wir Ihnen eine Freemax-Tochter mit einem RZG von 138 vor. Sie entspringt der Endfamilie von Ullmann Escher, aus der auch unser Besammlungsbulle Skippy hervorging. Eine Familie, die aktuell vielleicht wie keine andere Exterieur und Leistung kombiniert. Sie selber überzeugt mit einem tadellosen Exterieur und einem überragenden Euter. Mit Katalog Nummer 17, wir wollen Ihnen die Freemax-Tochter mit 138, RZG von Ullmann Escher, von Ullmann Escher, wo auch unser Besammlungsbulle Skippy hervorging. Die Familie hat eine gute Kombination aus typen und Produkten. Sie selbst ist überzeugt mit einem Tremendsten Euter. Bei Anfänger, der Eerfantrag vom Ullmann, der wir da sind in den ersten Eerfantrag. Und dabei den Eerfantrag. Vielen Dank.